Hallo meine Lieben, Stevie hier, das mögen ja viele, als ich hier immer sage, Stevie hier. Vorneweg erstmal, ich grüße heute mal den Oh Mein Gott Geil und der Redzema. Ich werde jeden Tag immer bei anderen Grüßen, aber die zwei, die wirklich korrekte Leute sind, geile Kombi reingeschrieben hat. Jeder von euch hat eine geile Kombi reingeschrieben, aber ich suche mal zwei aus und dann, vielleicht ist es, nächsten Tag bist du da dran. Ähm, ich danke auch, dass das ABV-Vlog-Video so hammer von euch angenommen wird, dass ihr das toll findet. Ich bin total geflasht, Alter, 83 Likes, letzter Stand, wo ich geguckt habe. Boah, du Scheiße, also ich fühle mich übelst, wirklich. Das ist so eine krasse Community, habe ich aufgebaut. Also jeder hat einen WhatsApp bei YouTube, weißt du? Einer wollte 1.000 Abos schaffen, einer wollte YouTube-Star werden oder so. Aber ich wollte einfach eine starke Community haben und ich habe die schon. Ich kann ehrlich, dass es mir noch stärker werden. Das ist so mega brutal. Alter, Stevie Army, ihr seid, danke, 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 ich bin so geflasht. Was ich noch sagen will, ist, ähm, Heute kommt noch ein Live-Speak, um 20 Uhr erst, weil ich es jetzt gerade feiert habe. Und andererseits, ich will mir bei euch bedanken. Ihr sagt immer, äh, machst du mal eine Verlosung? Ja, ich mach eine Verlosung. Heute in einem Live-Speak werde ich euch die Spielregel erklären. Und, das ist simpel. Am Samstag wird vielleicht die Falle uns schon kommen. Jeweils, kommt heute vorbei, 20 Uhr. Lasst du dann feiern, alleine schon den Vlog, 83 Likes, ist brutal. Lasst feiern, dass ich so eine geile Community habe. Und lasst feiern, dass ich übelst glücklich bin, euch zu haben. Danke nochmal für alles. Also, ich weiß ja nicht, wie euch noch bei euch bedanken soll, Aber, ich kann nur Danke sagen. Und, wie gesagt, kommt heute um 20 Uhr vorbei. Lasst Abo zocken. Lasst, Ewige Siege aus dem Pool. Und, Leute, ich bin da richtig gehypt darauf, weil ich wieder, wieso, ich bin sprachlos, tut mir leid. Ich bin da richtig gehypt auf euch. Was ich noch sagen will, ist, 83 Likes. Ich sage, das Infovideo, es tut mir leid, ich nicht so viel sage. Alter Falter, ihr seid so krass. Es ist so, ich sage nichts mehr. Wenn ich nur was rede, kommt nur Gülle raus, Alter. Hatte ich nur mein Mund auf dem Scheiße raus. Also, lieber Seik. Wir sehen uns heute Abend, 20 Uhr. Danke für alles. Lass uns diesen Video an. Daumen nach oben. Auf uns nächste Challenge, oder im Vlog. Könnt ihr auch gerne reinschreiben. Ich habe schon ein paar Ideen. Wie gesagt, bis heute Abend. Tschüss. Und kurz auf die Hand heute.